Hallo Leute! Jo was geht's jetzt wieder? Heute stelle ich mir mein jetziges Setup vor und ja das ist das Burlwood Whiteshape Blackwood Burlwood Logo Raster mit Blackwood Axe 2.0 Super Silver und Fatface G6 Wheels und Blackwood Light Vision dann können sie ja nicht an die Achsen passen Jo ähm Fertiglich geil hab wirklich nix auszusetzen an dem Deck und ich werd die einzelnen Sachen nochmal reviewen ja das Deck ist wirklich der Hammer und sieht auch wirklich gut aus ich fahr seit Samstag mit dem bin wirklich viel gefahren das ist kaum abgenutzt Jo so kann ich wirklich nur empfehlen Burlwood Raster Logo oder Burlwood Logo Raster und Boah jetzt sieht erstens geil aus und fährt sich richtig gut und jo Blackwood Farc sowieso geil Locknarts und allem mit allem drum und dran ich hab mir noch Team Boschings von Flatface gekauft mach ich demnächst noch dran Jo und wie wir jetzt wie gesagt schon wie von selbst einfach nur geil Jo kann ich nur empfehlen die einzelnen Sachen wenn ich noch review ist richtig geil Leute also super Verarbeitung und die Grafik geht auch halt nicht so schnell ab dass man auch von den Grafik noch lange was von hat oder länger als also so ein Freund von mir hatte sich mal vor ja so als die älteren Graphic Decks noch waren gekauft und dann ging die Grafik recht schnell ab aber das ist jetzt nicht mehr so also es ist wirklich besser gemacht ja also im Deck also das Deck einfach nur geil und jo halt das Tape hier noch was man zu jedem Deck oder zu jedem White Shape bekommen das Bird & Wood mit dem Bird & Wood Logo mit dem eingravierten einfach nur geil also jo Danke fürs Zuschauen abonnieren lohnt sich haut rein Leute tschüss